Jetzt mal eine Comiczeichnung, von der Vorzeichnung bis später zum Kolorieren am Computer. Jetzt mit dem blauen Stift schiebe ich mir alles schön zurecht, erstmal alle Outlines, alles schön variabel, damit ich mich noch nicht so schnell festlege und probiere alles mögliche aus. Die Augen jetzt dahin oder dahin zu setzen, gucke ich erstmal, was am besten aussieht und kann dann später eben, also bis ganz zum Schluss kann ich mir überlegen, wie die Outlines denn am besten aussehen würden. So, jetzt zeichne ich aber doch nochmal die tatsächlichen Outlines mit dem Bleistift nach, damit ich so ein bisschen konkreter weiß später bei der Reihenzeichnung, wie ich es denn eigentlich gemeint habe. Die Bleistiftzeichnung, die radiere ich dann nach der Reihenzeichnung erstmal weg, wenn ich dann mit dem Korrekturstift nochmal drangehe, aber das zeige ich gleich nochmal. Jetzt erst nochmal ein bisschen Bleistiftzeichnung. So, das ist jetzt fertig. So kann ich es jetzt mit meinem schwarzen Tuschestift nachzeichnen, also so eine Art Pinselstift, den ich da immer benutze. Benutzen im Moment sehr viele. Der hat eben eine Dynamik. Da kann ich gleichzeitig dünne und dicke Linien zeichnen. Und das braucht man eben für schöne Comicfiguren. Da braucht man unterschiedlich dicke Linien. Dicke Linien zum Beispiel für die äußeren Outlines und für die Binnenstrukturen dann eben zum Beispiel dünne Linien. Da seht ihr, dass ich einige Linien ein bisschen dicker und einige immer mal ein bisschen dünner zeichne. Ja, dann als nächstes, dann gehe ich gleich mit dem Korrekturstift dran. So, jetzt habe ich hier auch so einen Pigmentstift. Einen weißen Pigmentstift ist so ähnlich wie ein Coolie. Eben nur mit so einem Pigmentgel drin. Benutzen im Moment auch alle möglichen Leute. Das ist ganz praktisch, weil man auch mit dem Tuschestift wieder drüber zeichnen kann. Das geht aber nicht mit allen Tuschestiften. Manche matschen auch durch den weißen Stift dann durch. Die müssen sich schon vertragen. Also beides muss übereinander liegen, ohne sich gegenseitig aufzulösen. So, das habe ich jetzt dann auch fertig. Jetzt sieht man mal, wie viel ich eigentlich dann doch ausgebessert habe. Das wird dann alles eingescannt. Mit dem A3-Scanner mache ich das hier. Ist ja auch eine A3-Zeichnung. Und scanne das dann ein mit Photoshop. Ich sage es jetzt einfach mal, ich benutze Photoshop dafür. Sieht man ja jetzt hier auch. Das ist die Funktion Importieren. Jetzt liest der Scanner erstmal eine Vorschau ein. Dann stelle ich alles ein. Stelle ein natürlich jetzt A3. Festes A3-Format. Und 1200 dpi stelle ich ein, weil es eine Strichzeichnung ist. Damit ich später auch schön detailliert und keine Treppenstufen dann in der Zeichnung habe. So. Jetzt scannt er das ein. Das dauert immer ein bisschen lange. Und wenn die Zeichnung dann drin ist, sieht es genauso aus, wie ich sie gezeichnet habe. Jetzt wähle ich hier die selektive Farbkorrektur aus. Denn ich will ja die Vorzeichnung daraus jetzt löschen. Ohne viel rumradieren zu müssen. So. Da habe ich eine Funktion eingespeichert schon. Reinzeichnungs-Cleaner oder so heißt die bei mir. So. Und seht da schon einen Erfolg davon. Also es ist die Vorzeichnung schon mal ein bisschen raus aus der Reinzeichnung. Das mache ich gleich nochmal mit der gleichen Funktion. Also alle Farben und alles weiß. Also es wird dann raus. Also richtig weiß gerechnet. Und das Schwarz bleibt als Schwarz erhalten. Und jetzt wird das noch gesteigert, indem ich die Schwellenwertfunktion mache. Da lässt man das am besten auf den mittleren Wert. Das sind 128 steht da glaube ich. Und das ist also auch am besten. Das ist die Mitte. Und wenn ich das nochmal mache, habe ich nur noch reines Schwarz und Weiß. Also die Zeichnung verhärtet. Das ist der Fachausdruck dafür. So. Und wenn ich das jetzt habe, dann dupliziere ich die, indem ich einfach die runterziehe. Und dann habe ich in der oberen Ebene jetzt, da lösche ich jetzt das Weiß raus. Ich habe das markiert jetzt. Und da seht ihr jetzt, kann man jetzt hin und her switchen. Da ist nur dieses Schachbrettmuster drunter. Dann schließe ich die Ebene ab und kann nur noch mit der unteren Ebene arbeiten. So. Jetzt noch schnell auf CMYK. Nicht zusammenfügen. Also der Modus ist wichtig, damit man später im Druck verwenden kann. RGB kann man nicht so gut im Druck verwenden. Da verändern sich die Farben. So. Jetzt mache ich. So. Jetzt fülle ich mal das Ganze. Also mit dem Füllwerkzeug einfach. Natürlich auf der unteren Ebene. Und mit Hautfarbe fange ich mal an. Im Gesicht klappt es schon mal. Und dann zack. Aber auf der Hand klappt es nicht. Warum? Weil da irgendwo eine Lücke offen ist und füllt da das ganze Bild. So wollen wir es nicht. Bei dem Arm geht es auch nochmal. Bei den Fingern geht es auch nochmal. Und für den anderen Arm, wo was offen ist, mache ich jetzt einfach. Benutze ich jetzt das Lasso-Werkzeug mal. Markiere mir alles, was da Hautfarben sein soll. Und das kann ich ganz grob machen, weil es ist ja noch mehr Hautfarben. So. Man sollte nicht zu schnell klicken. Ich mache das jetzt im Zeitraffer, denn sonst schließt das immer alles gleich. So. Jetzt habe ich mit der Füll-Taste, das ist so eine Tastenkombination, F5 ist das bei mir. Da mache ich jetzt mit Vordergrundfarbe Füllen. Zack. Und jetzt ist der Arm auch gefüllt. So. Jetzt schiebe ich mein Bild auf meinen zweiten Bildschirm. Das ist nämlich ein Display, auf dem man mit einem digitalen Stift zeichnen kann. Dazu ziehe ich mir jetzt diesen schicken Handschuh an, wo die unteren Finger bedeckt sind. Also damit ich nicht so auf der Glasscheibe rumrutsche. Und mit dem digitalen Stift, der auch schön dynamisch ist. Also ich kann nicht dünne und dicke Linien auch zeichnen. Also eignet sich ideal auch zum Ausmalen. Fülle ich jetzt einfach wie beim Ausmalen mit einem Filzstift diese Fläche. Und ihr seht, dass ich nicht über die schwarzen Linien male, weil die liegen über eine Ebene drüber. So. Das kann ich euch jetzt nochmal zeigen, wie das aussieht. Ich kann nämlich die obere Linien jetzt wegklicken. So. Und jetzt seht ihr, das ist der Bereich, den ich ausgemalt habe auf der unteren Ebene. Jetzt habe ich noch Licht- und Schatteneffekte mir noch Ebenen dazugegeben. Und kann jetzt mit dem Stift, da habe ich jetzt so eine Art Airbrush-Werkzeug eingestellt, das sowohl, ja, durch meine Stärke, in der ich aufdrücke, weich oder dick oder dünn oder zeichnen kann. Oder auch nur ganz zart oder mehr füllend. Also das ist so ein Universal-Airbrush. So. Jetzt habe ich ganz am Ende noch eine Textur drunter gelegt als Trick. So eine Papierstruktur, damit das aussieht wie richtiges gemaltes Bild. Und das ist jetzt also die fertige Illustration. Ja, ich hoffe, euch hat das gefallen und ihr habt da ein bisschen was draus mitnehmen können.